Hallo und herzlich willkommen zurück hier aus Miami. Ich dachte mir, ich mache mal ein kurzes Update-Video zu den ersten Tagen, zu meinen Eindrücken von Miami, von der Konferenz und dem ganzen Drumherum. Ich hoffe, dass es von der Lautstärke geht. Ich bin hier direkt an der Straße. Aber das Telefon filtert eigentlich die Sachen ganz gut raus. Der Ton könnte ein bisschen dünn sein. Ich versuche deswegen ein bisschen lauter zu reden. Ihr seht schon, die Haare sind wild. Ich bin gerade erst aufgestanden. Wir haben es 8 Uhr morgens. Normalerweise sind die den ganzen Tag voll lockig wegen der Luftfeuchtigkeit hier. Ich sehe ja so ein bisschen aus wie David Hasselhoff. Aber das passt auch ganz gut in das ganze Miami-Bild. Denn irgendwie scheint Miami so ein bisschen in den 80ern stecken zu bleiben. Was ich in meinem letzten Video meinte mit diesen Miami-Vibes, damit meinte ich, ich habe richtig GTA-by-City-Vibes. Also ich laufe hier durch und ich erinnere mich die ganze Zeit an dieses Spiel damals aus meiner Jugend. Und das war auch der Grund, warum ich einmal kurz eine High-Time-Preference haben musste, um mir dieses T-Shirt hier zu gönnen. Also keine Ahnung, das ist einfach so. Egal, wo ich hier lang laufe, überall sind Palmen, überall scheint die Sonne durch. Und das ganze Bild ist schon ziemlich, ziemlich krass. Also es ist extrem viel, also das macht viel Eindruck auf jeden Fall. Ja, Miami selbst ist super teuer. Ja, ich glaube an dem ersten Abend, wo wir raus waren, waren wir in einem Restaurant, wo es später auch noch Getränke und so gab. Und ich trinke ja keinen Alkohol, aber andere von uns haben das halt gemacht und haben sich so Kurze bestellen wollen, so eine Runde. Und ich glaube für vier Leute. Und dann fragte der Kellner halt, ja, wollen Sie die teuren für 20 Dollar oder die günstigen für 12 Dollar? Und dann fragte Basti, mein Geschäftspartner, ja, pro Person oder, nee, also für alle. Und dann sagte der Kellner, ja, pro Person. Also 12 Dollar für die billigen Shorts pro Person. Also das ist so das Preisniveau hier. Für ein gutes Rindersteak oder so bezahlt man nochmal schnell 40 Dollar und mehr. Und für eine Pizza 20 Dollar. Also das ist schon für eine Standardpizza, also nichts Besonderes. Das ist schon etwas, was deutlich höher ist als bei uns. Was aber auch daran liegt, dass hier extrem viel, ich sag mal, Reichtum angesiedelt ist in Miami und extrem viele Leute extrem viel Geld haben. Also wir fahren zum Beispiel fast ausschließlich teure und große Autos. Also hier in der Gegend geht es noch einigermaßen, aber wenn du so sehr weit in der Nähe des Konferenzbereichs bist und diesem typischen Miami Beach Bereich, da fahren nur unfassbar teure Autos rum und da ist schon sehr viel Darstellung nach außen, dass man eben was besitzt und dass man wer ist und sowas. Und ja, dementsprechend ist ja auch das Preisniveau ganz einfach. Ja, der nächste Punkt ist, dass wir jetzt schon einige Leute hier getroffen haben. Wir waren viel mit Lina unterwegs und auch mit anderen, unter anderem auch mit Dan Held und Uli Wertheimer. Da waren wir essen und haben so ein bisschen mal die Leute, die hier, ich sag mal, nativ in den USA leben, kennengelernt, mal mit denen gesprochen und waren bei der Konferenz aber noch nicht drin. Das war gestern nur der Industry Day. Das heißt, wir haben eigentlich nur die Bändchen abgeholt und später reinzugehen. Und was man schon sagen muss, ist, dass das ganze Event und das Drumherum nicht so viel mit dem Bitcoin-Ethos zu tun hat. Also es ist sehr, sehr krass, was, also erstmal so nicht auf dem Event selbst, aber drumherum außerhalb des Event-Bereichs sind halt übelst viele, ja, Leute, die ihre NFTs und sowas bewerben. Das Event selbst ist weitestgehend frei davon, aber da gibt es natürlich auch ein paar Unternehmen. Also ich weiß es von Leuten, die ja hier selber auch Stände haben und so, mit denen wir uns schon getroffen haben. Und ja, was man aber feststellen muss, ist, dass hier das, also das Darstellen des eigenen Reichtums auch da bei den Bitcoinern tatsächlich leider schon, nicht bei allen natürlich, aber bei einigen da ist. Zum Beispiel wurden, glaube ich, habe ich eine Zahl gehört, 20.000 Whale Passes für das Event verkauft. Unser Whale Pass hat am Anfang, glaube ich, 15.000 Dollar und kostete jetzt zum Ende hin 20.000 Dollar. Aber alleine das ist eine unfassbare Summe, die da auch erstmal eingenommen wird, aber auf der anderen Seite, die man da auch ausgibt, um eigentlich nichts zu haben. Also dieser Whale Pass ist gar nichts Besonderes, weil zum einen rennen da 2.000 Leute rum, die sich das leisten können tatsächlich. Dann haben die ganzen Speaker ein Whale Pass-Ticket bekommen und im Endeffekt ist es einfach nur eine VIP-Area mit extra Essen. Das war's. Und dafür so einen Preis zu bezahlen, das machst du halt nur, wenn du wirklich nicht weißt, wohin mit deinem Geld. Ja, und heute ist der erste Tag, wo wir auch hingehen. Tatsächlich hätten wir alle Tage hingehen können, was wir nämlich nicht gewusst haben. Natürlich hätten wir Media-Passes bekommen. Das heißt, das sind so Pässe, mit denen man auch überall hin kann und ich glaube sogar, die hätten uns gar nichts gekostet. Jetzt haben wir natürlich reguläre Tickets geholt und die sind wirklich teuer gewesen, aber so ist das halt. Später ist man immer schlauer. Sollten wir hier nochmal hinfliegen, machen wir das einfach. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass ich nicht weiß, ob wir nächstes Jahr nochmal hier sein werden, weil, ja, wie gesagt, das mit Bitcoin alles an sich gar nicht so viel zu tun hat. Ich bin eher begeistert von der Stadt Miami. Es ist zum Beispiel jetzt gerade 27 Grad hier. Das sieht zwar ein bisschen bewölkt aus und so, aber selbst bei schlechtem Wetter ist Miami unfassbar schön. Wir haben jetzt jeden Tag eigentlich, ja, mega gutes Wetter gehabt, obwohl hier lokal gesagt wurde, ja, heute schlechtes Wetter. Und es ist sehr angenehm auf jeden Fall. Genau, und dementsprechend glaube ich, ich bin jetzt sehr gespannt auf den ersten Tag und hoffe, dass der ein bisschen mein Bild von der Konferenz dreht. Aber ich denke, dass es ziemlich, ziemlich überlaufen sein wird. Viele, die da jetzt schon waren am Industry Day, haben gesagt, ja, das war an dem Tag schon unfassbar voll. Und das waren ja nur die Leute, die auch wirklich diese Tickets hatten für diesen Tag. Und dann wird das heute wahrscheinlich richtig übel dort werden. Und das soll wohl angeblich auch nicht so gut organisiert worden sein, dass die Leute da sehr flüssig durch die Konferenz laufen können und so. Aber ich bin mal gespannt, ja. Das werden wir sehen. Auch wie viele Möglichkeiten man hat, wirklich zu den Speakern, also zu den Vorträgen zu kommen. Das ist ja auch mal so eine Sache. Ich glaube, da ist auch die Räumlichkeit begrenzt. Da passen nicht wirklich alle 30.000 Teilnehmer oder wie viele das Event jetzt am Ende hat rein. Da müssen wir mal ein bisschen schauen. Ja, ich denke aber, dass ich trotzdem morgen mal ein Video aufnehme vom ersten Tag. Ein paar Leute, ein paar Vorteile will ich mir anschauen. Ein paar Stände will ich besuchen, die es dort gibt. Und ich bin mal sehr gespannt, was es dabei zu berichten gibt. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, bei euch ist das Wetter einigermaßen. Ich habe schon gehört, in manchen Teilen leider nicht so gut. Nee, wird gerade gerupt. Wir springen jetzt gleich noch in den Pool, gehen dann frühstücken und auf zum Event. Und dann bin ich mal gespannt, was der Tag morgen so bringt oder was in meinem Video morgen dann so kommt. Macht es gut, liebe Leute. Und tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal.